Das braucht kein Mensch sonst, Scheiß! Ja, Stefan, das ist natürlich richtiger Mist, was dann passiert, wenn man unter solchen Bedingungen in der Ernte ist. Ja, es ist schon verrückt. Wir haben Anfang August und haben so einen nassen Boden hier. Das ist leider auch ein Nebeneffekt von dem vielen Regen. Das tut einem in der Seele weh, wenn man das sieht.